Hallo liebe Meerschweinchen-Freunde. Heute fahre ich mal ein bisschen Inliner mit euch. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Viel Spaß beim Video. Jetzt geht's los. Jetzt fahren wir über dieses Hindernis hindurch. Hui, und geschafft's. Und jetzt gehen wir hier rauf und hier rum und hier rüber. Hui, macht richtig Spaß. Ich würde euch Inliner empfehlen. Kostet zwar ein bisschen, also ich persönlich hab's ja jetzt vom Osterhasen bekommen. Ja. Und genau. Jetzt fahren wir weiter. Guckt mal, auf dem Boden hier ist was. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich hoffe schon. Ja, richtig lustig. Ist aber bestimmt ruttig. Ja, ist ruttig. Upsala, sorry. Und weiter geht die Fahrt. Sooo. Ich fahre noch ein kleines Stück weit her. Juhu. Juhu. Und jetzt fahren wir hier nochmal ein bisschen lang. Ui, 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 ui. Noch ein bisschen halblich. Upp. Hier ist grad jemand joggen gewesen, deswegen war's grad so laut vielleicht für euch. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall fahren wir jetzt mal noch ein Stückchen. Und ja, mit Inlinern zu fahren, macht richtig Spaß. Wenn man's erst kann, macht auch richtig Spaß. Bei mir ist es jetzt noch ein bisschen holprig. Aber das ist mal nicht so schlimm. Und weil... Ich bin noch Anfängerin. Okay, jetzt keine Anfängerin mehr, aber... Ich hab die Inliner jetzt seit Ostern. Genau. Aber so auf bin ich damit jetzt noch nicht gefahren. Also sind noch, kann man so sagen, nagelneu. Ich hab halt noch Helm und Schütze auf. Es kann ja jedem mal passieren, dass er wegrutscht, ne? Deswegen. Stopp, Einfahrt. Müssen wir gucken mal, ob Autos da sind. Weil wenn eins kommt, können wir jetzt nicht fahren. Kommt, Pans, wir können fahren. Uppala. Egal. Ist ja nichts passiert. Und wenn, hört die Schütze an. Und so. Jetzt sind wir gleich auch am Ziel angekommen. Und ja. Super. Jetzt sind wir gleich am Ziel angekommen. Und zwar... Jetzt. Ein Päuse muss ja auch zwischendurch mal sein. Ist ja ganz schön anstrengend. Und jetzt fahren wir nochmal ein Stückchen. ein Stückchen gehts mit Italy an. Beide. Es ist ja ganz schön an. Oh 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 Alekosan Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Tschüss!